hi was geht ab nicht viel cool bei dir ja sagen wir ich mache lustige dinge muss hier ein teil tatsächlich schon ausbauen 200 zu holz aber ich muss ausbauen weil du würdest uns nicht mehr daran kommen okay das ist schlecht ich mache mir so eine zwischen decke rein bzw das war lucky halten der konstruktion dass es eventuell hält eventuell okay im bestfall im bestfall idealerweise es wird nicht halten weißt du ich sehe mal an ich meine rein von dem wie es aussieht finde ich es fast voll professionell an fast kohle 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 oh mein holz leer es ist schlecht tatsache ja manchmal kann ich auch schlaue dinge sagen das dumme ist mein bein ist immer noch verstaucht echt jetzt ja krass jetzt vor erwischt man ich mache die fallen dann wieder aus ja ja ich mache mich so So. Dann gehen wir mal ein paar Bäume verprügeln. Hiha. Guck, es sieht so schlimm aus. Was meinst du? Äh, die Baustelle da. Unser Türmchen? Ja. Hä, wieso? Hm, weiß auch nicht. Komm schon. Noch 20 Sekunden. Dann ist dein Bauch, Bauch. Ja, dann ist mein Bauch nicht mehr verstaucht, ja. Ja, ist doch super. Ich kann es kaum erwarten. Yay. Yay. So, was machst du denn heute? Ich? Nee, die andere. Hä? Ja, du. Was machst du denn heute? Was steht bei dir heute auf dem Zettel? Ich fahr grad ein bisschen durch die Gegend. Crazy. Wie fühlst du dich dabei? Ich wollt mal gucken, was hier ist. Weißt du, wo ich grad lang eier? Fühlst du dich lebendig? Ja, total. Kannst du den Wind in deinen Haaren und auf der Haut fühlen? Ja. Beschreibe dieses Gefühl. Töte grad'n Zombie, aber ist okay. Oh nein, mein Chicken Wing ist dispawned. Ich hab's mit dem Moped überfahren. Ah, nee, da liegt's. Okay. Du bist ja heftig. Nevermind. Oha. Was denn? Tja, schön hier. Okay. Sollen wir wieder umziehen, ja? Nein. Bestimmt nicht. Hab ich leere Gläser dabei? Ja, wow, noch drei Stück. Falls dich tröstet, ich würde es auch nur ungern. Ja, das glaub ich dir. Nicht nach der Arbeit, die hier jetzt reingeflossen ist. Ja. Und ich bin doch so lange nicht fertig. Yes. Yes. Auch wenn's zugegebenermaßen nicht sehr spannend ist, was ich hier mach. Glaube ich, es wird sich lohnen. Ja. Habe ich so ein Gefühl, du. Habe ich so ein Gefühl. So. Ich hab mir jetzt übrigens angewöhnt, hier so ein, so eine Art Sicherheitsnetz zu machen. Ah, okay. Oder in ein Formios Gerüst. Mhm. Dass ich quasi von unten baue, weil wenn ich hier runterfalle, ist es nicht annähernd so schmerzhaft. Ja. Clever, gell? Ja. Du bist schon wieder hungrig, was ist los mit dir? Ja. Eins, zwei. Ich hätte es noch zwei länger machen müssen, ne? Shit. Muss man sich angucken. Okay. Okay. Und bei dir läuft? Nee. Wegen? Willst du irgendwo einen Krabbler? Nee, ein Vogel. Fickfrosch. Wollt. Puh, 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 ma, 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 ma. Was? Bird is the word. Ach so, ja. Puh, 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 ma, 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 ma. Ich mein, was? Ich mein, was? Puh, puh, ma, 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 ma. Puh. 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 ups gut das war nicht ganz so optimal milder ausgedrückt muss man sich angucken okay up 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 time to say goodbye having zombie bear ach so aber sterben sollst du jetzt nicht nein ich bin ich fahr jetzt weg ah ok man muss ja mal fragen ja so das war der falsche block das auch das auch das auch hä äh ne nicht hä kein boden kein fuß hä was für blöcke waren das denn naja ist ja egal das verarscht mich klingt nicht so gut ne wirklich nicht nun wenn du den alles neu nämlich es war im seltsam der weiß den sediment die der dem nicht Ich bin auf dem Weg. Alles klar. Sehr interessant. Aber es lohnt sich null. Nichts, außer schöner See. Ach so, du meinst da. Okay. Ich dachte gerade, hä, hallo? Geht's noch? Ja, okay, mit Dachterrasse oder was? Nein, es ist das Zwischengerüst. Okay. Ja. Ja. Ich kann bald nicht mehr sitzen, ey. Steh doch. Ja. Braust du einen elektrischen Schreibtisch? Ja, der so hochfährt noch. Machst du. Das kam nicht ganz durch. Das ist okay. Exklusiv-Content. Uff. Ja. Ja. Schreibst du. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Hey, du hast eine richtige Treppe hingesetzt Ja, nur für dich Vielen Dank Sind die Fallen eigentlich an gerade? Nee, die sind aus Ah ja, okay Wieso? Nur so Nein, sind sie nicht! Hä, lol, doch Wurde gerade geblitzelt Lol Dann habe ich es an das Falsche angeschlossen Sorry Gut, dass du es gesagt hast Ist es jetzt aus? Nein, warte Ah jo, ich habe mich noch gewundert Hä, aber wo geht das Kabel lang? Ist wahrscheinlich der hier vorne, oder? Weiß ich nicht, wo ich geblitzelt wurde Entschuldigung Hä, das macht gar keinen Sinn Der ist doch genau da angeschlossen Wo der Rest auch angeschlossen ist Ja, ich bin, wo ich bin, wo ich mich noch besinne Oh, oh, oh. Vor allem Der Motor ist aus, ja? Und der Motor oben hat eine Zeitschaltung. Der kann gar nicht funktionieren. Wieso? Hast du gerade selber durchgelaufen? Ja, bestimmt schon das vierte Mal, ja. Ja, aber der ist doch an. Welcher? Der hier oben. Ja, der oben, ja. Aber der an der Treppe... Der an der Treppe ist verfallen. Feuer. Das verstehe ich nicht. Was? 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 Das war's für heute. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 du nach da du nach da und du okay also ich weiß nicht was es ist schon wichtig ja es sieht sehr interessant aus was genau ja es ist auf jeden fall kein meisterwerk da stimme ich dazu ich finde es toll so wir sind aber jetzt schon wieder bei einer halben stunde ach du liebe zeit verfliegt ja wahnsinn oder ich würde auch sagen dass wir jetzt hier ein päuschen machen ja machen wir und dann sehen wir uns in der nächsten folge das tun wir auch mehr seid nicht dabei da jetzt ganz viel coole sachen und so seid gespannt bis dahin dies und vieles mehr noch auf meinem channel ja okay ciao